Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. Ich habe hier eine legendäre Truhe. Und ja, die werden wir jetzt öffnen. Und dann machen wir vielleicht mal noch einen Kampf. Also, ja, ich rede jetzt nicht viel rum, sondern öffne sie einfach. Ich mache mal die Augen zu. So, ich weiß jetzt nicht, wann ich... Oder ich mache es ihm auch. Funky! Ja! Gut, gut, gut. Ich mache einen Screenshot. Cool. Ich habe den Funky. Ja. Ihr wisst gar nicht gerade, wie sehr ich mich freue. Ich mache mal einen Trainingskampf. Ich hätte jetzt nicht, echt nicht mit dem Funky gerechnet. Ja. Machen wir eins leiser. Und dann... Nein. Ich setze mal Prinz Funky. Ich... Ich... Weiß nicht, wie ich angreifen soll. So. Oh Gott, oh Gott. So. Knall. Oh Gott. Gut, der Knall ist noch gut gekommen. Ja. Da ist der Funky. Oh Gott. Wir werden ja gerade richtig zerstört. Oh Gott, oh Gott. Ja. Oh Gott. Ganz schön guck. Ich habe... Ich sage die ganze Zeit ein bisschen... Oh Gott, aber... Na ja. Nein, da ist keiner online. Na ja, ich mache mal... Noch einen Kampf. Wo? Jetzt setze ich mal Prinzessin hier hinten. Und die Lakaien dabei. So, machen wir noch Schweinreiter vorn dran. Und wehren hier so ab. Nein. Nein. Oh Gott, oh Gott. Wir werden... Ich sage irgendwie ganz, ganz, ganz... Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Ich mache viel zu viel Angst, was ich habe. Also Damage. Hä? Das war jetzt dumm. Da sind wir noch eine Prinzessin hin. So. Ah, der Bomber holt die eine Prinzessin weg. So, da kommt der Prinz. Und... Wupp. Schon wieder gewonnen. Haja, ich muss dir auch zugeben, die Ausbilder... die sind sehr leicht zu besiegen. Naja. Das sollte es dann eigentlich schon in dem Video sein. Ich habe nur die legendäre Truhe geöffnet. Naja, das war es dann mit dem Video. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn euch sowas gefällt. Und ja, ihr dürft auf jeden Fall abonnieren nicht vergessen. Und ja, das war's dann. Tschüss. Was ist ja auch so. So. Töxt. Töxt.